Scheiße! Warum zu Ringen ins Menü? Wirklich! Ist doch egal! Du hast ja Wookie gestolten Kopf! Okay, und hallo und herzlich willkommen! Naja, wieder zu JackX! Let's fool around! Heute hast du mal gegen Profis! Er verliert ja wieder gegen mich, aber... Naja... Todesmatch, mal Kolosseum! Ah, nehmen wir mal einen! Oh! Ein anderer? Arsch! Hey, auf der machen wir beide weniger vor! Kommen wir auf der! Okay, auf der... Angst, Angst, Angst! Jetzt hab ich Angst! Ich spülle natürlich mit Jack aus Jack3, und dann Javelin Axe! Regeln! Wir machen bestimmte Zeit auf Standardregeln! Zehn Minuten Pickups natürlich! Die Hardcore Variante! Paketen, Schild und Öl! Mehr gibt's nicht! Also das hier ist richtig Hardcore! Und auf geht's! Ich spülle wie immer mit Kira und Javelin Axe! Und... Und die Regeln sind doch die Gleichen! Genau! Ja logisch, die spielen zusammen! Ich hab andere Regeln als er! Ach so, ja! Ich bin übrigens oben! Ich bin unten! So ein Storken V8 drin! Und Action! Und Action! Oh fuck! Was ist denn da? Was ist das? Nein, 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 nein! Ich wollte eigentlich noch einmal wie viel oder was? Ach so! Ich bin noch ein bisschen gegen... Ähm... Ah! Scheiße! Geh doch weg von mir, du... Ah! Ich komm die Maus ab! Scheiße! Ja! Ja, in V8 mal nicht, wie wir gerade gesehen haben! Nein! Boah! Die Arena ist... Boah! Das ist cool zu longihocken von mir! Nee, das ist böse, die Arena ich mag sie nicht! Oh, ich hab die da nicht... Ich komm da runter und nicht raus! Nein! Nicht schon wieder in V8! Ja, wie gesagt, ich mag die Arena nicht! Ich hab bis jetzt noch keine einzige Woche oder Opelmasamen oder sonst irgendwas gehabt! Wir haben noch nicht einmal einen Kill, verdammt! Ja, wir haben noch gar nichts! Ey! Razer! Mit Maschinenwehr vielleicht! Nein! Mit Maschinenwehr! Ich hab jetzt zweitwechselt, dass ihr echt mit Maschinenwehr gekillt! Hallo! Na, was tut da denn?! Scheiße! Na! Das ist... Ja! Nein! Na! Gott, der Schuld eingesetzt! Na, warum hat er auch nicht eingesetzt? Hahaha! Ah! Hahaha! Das geht doch nicht! Ah, Alter, das ist eine richtig külter Aktion da! Jawohl! Ja, mit dem ersten Kill! Jawohl! Uuuuuh! Schuld! Du mieses Sau! Oh, das wird auch noch getätet oder was? Juhuu! Yes! Yes! Oh, verdammt! Warum Rutschi hält das so? Ölspur oder was? Jetzt ein kleines Geschenk! Ja, das war ein Schildkill! So genannt da! Ja, aber das war ein Fura noch Racket! Ja, aber das war ein Fura noch Racket! Ja, weil das Schild hat mich gedütert! Von mir ist auch jetzt ab, das Schild! Boah, ich war's rein im Öl! Das ist grad toll! Ja, ich war's da! Das wollten wir grad was auf... Abwehrmaßnahme! Generell etwas! Na doch, was ist er noch mal hier? Abwehrmaßnahme, Frost! Im Razor hat man in der Luft zerfleischt! Hahaha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was muss doch noch ein Anderen geben? Ja, das ist ja noch mal lustvoll! Nein, ich war's nicht ganz... Nein! Ich war's nicht ganz... Ich war's nicht schon hinterher und da springen wir den rüber! Boah, was ist das für eine Feierspur? Nein, denn nicht! Bin entschuldig! Ich war's! Ja, du bist unschuldig, das ist klar! Ja, du bist unschuldig, das ist klar! Ja, du bist unschuldig, das ist klar! Ja, du bist unschuldig, also! Ja, du bist... Hey, da hört irgendwas... Auch der passt rein! Okay, Hammer! Rockets? Hammer! Rein! Fahrrad! Okay! Uh, das ist weg! Juhu! Oh, das ist weg! Juhu! Verdammt! Also in links sollte man nicht eine fahren? In was auch? Nein, Bama! Das ist geil! Ich schweb' vor mir her und schieße mit dem Weh auf ihn! Oh verdammt! Jetzt war es halt auch mal nicht nah. Magnus Merke im Sessen! Weg doch! Weißt du mal was anderes? Was? Das ist eine große Arena? Ah! Sigi! 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 Sigi, du! Nein! Shit! Na! Wo bist du hin? Was hat die Fahrzeuge voll... Ja! Alter! Wovor ich war? Ja, hier war kein Plan. Paulus ist ein Paket. Ja, das ist ein Paket. Und der hat den Visier! Haben wir den gekillt? Oh, wie viel Leben hast du noch? What the hell? Was, das fast hätte ich den gekillt. Oh, das war total. Boah, da kann man kurz springen. Boing! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das... Boah! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Hellraiser ins Wasser! Scheiben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du hast den wirklich nicht gesehen, aber da hat sie Sankt der vorne. Aha! Ich weiß was du meinst! Nein, da hat man was ab... Ah! Nichts Wasser! Nichts Wasser! Nein! Fast keiner an dem Leben und ich keine Raketen! Du hast du im Übrigen Zeit dabei! Nein! Du holst auf! Ja, umzuholen! Ja! Ich hole auf. Gut ist! Ja, du holst auf! Wenn wir's noch mal hinab... Seht nur... Nein, shit! Genau in der Schuldängst, in der du über einen kommt bist... ...ma ganz genau. Nein! Uuuuhuuuh-uh, weißt du... Weißt du, weißt du... Ey! Wie ist das gerade? Nichts gut. hu 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 ho OO NAAAY Nstatus Weg vom Wasser Ohhh bin schon wieder weg Oh, wer soll das? Na, der Arena ist lustig, ob das noch basst, sowas geht zu scheiße 어hh verdammt Schon mal gut Pakete raus renamed Noo aber mir nicht, charcoal blieb mir. Nein, das ist es, Papa, wenn es richtig ist. Sieaaaaaaaaa! Ja, ich habe das alles weg. Oh, scheeeen! Ich siege nicht mit dem normalen Klär. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Weg von mir! Weiß, es ist erlebt! Jetzt hast du doch noch ein paar N あ. Oh doch. Oh doch, so, geschuldet! Jetzt sind wir zum Treffen. Ahhhh! Vier Raketen und der Stierwift! Ha, der Stierwift! Ah, total! Und der setzt sich nicht auf, dass Maschinen drin! Ups! Oh, oh, oh! Ja, in der Maramela brauchen wir eine Wasserpostkammaschine. Ma! Nicht die da wicht, verdammt! Was ist denn das? Uhhh! Loil! Loil! Ich war ganz gestorben, wenn ich genau den Moment vierer Raketen kriege und wieder volles Leib kommt. Es hat immer wieder mal leer und hat sich wieder auffüllt. Schmeckt's mir! Obwohl! Oh, das ist doch nicht. Oh, das ist doch nicht. Neeiinn! Nicht ins Wasser! Ich hab' noch genug verkauft! Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Verdammt, dein Leben vorbei gefahren. Ja, da hast du aber viel mehr Künstler. Oh, schön. Oh, schon wieder ein Barman, ey. Überständige Barman. Was ist das? Das ist dumm, das ist dumm. Darf ich nicht. Ah, das ist er. Oh, das ist schön! Das ist für dich. Er dreistet erst nicht ein Schild zu haben. Genau. Kostprobe gefährlich. Alter, nein. Ist halt der Schild, verdammt. Kann ich noch auf mich schießen. Alter, schuld aus von ihm und was ist. Scheiße. Jetzt schuld von ihm aus und was ist er wieder schuld. Ja, sie ist ins Wasser. Das heißt, es wird man sterben. Na. Doch, doch. Haben wir so einen Einzelkiss? Ich weiß nicht. Warum bin ich Gott spür? Warum bin ich auf einmal fast kein Leben mehr gekommen? Weil ich in die Wand gefahren bin. Warum sind Trümmer von dir gegen mein Fahrzeug gebracht? Was willst du von mir? Weil du hast jetzt selbst den Tod. Nein. 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 Es wird nichts von mir. Nichts. Nein. Nein! Doch! Ich hab zu fünften. Worum gehts? 1, was da fahren? Nein, keine Ahnung. Bist du schon wieder einer, oder? Scheiße! Hast du dich nicht gekillt oder was? Was denn überhaupt? Wir haben Raketen auf dich geschossen. Ja, na, ist klar. Oh, das Wasser, das Wasser. Wir brauchen nichts auf diese... Alter, was ist denn los? Ich häng doch mit dem anderen zusammen. Du musst schießen dann, der schläft nie da. Ich hab so geschlossen, was ist das? Alter, der konnte gleich einen Scheiß mit der Weißer ankommen. Ja, ich hab 4er-Raketen gehabt. Oh, da ist der Wasser. Mit einem Schulten-Siegel. Nein, nur 4 Sekunden! Wie knapp ist das? Was? Ich hab 4er-Raketen gehabt. Nein! Ich hab 4er-Raketen gehabt. Zum Schluss, grad direkt. Die Schuld, Kill. Du hast mich grad dekassiert. Ja. Schauen wir mal. Mega-Rutscher. Meiner? Nein! Nein! Gar nicht! Das ist... Ah, da ist der für deiner. Juhuu! Alter! Tore? Ich bin sehr oft... Achso, es sind Skills-Properature. Ich bin so oft ins Wasser rein. Oh Gott! In der Fall gibt's einen Schluck Wein. Mhm. Wir wollen jetzt überhaupt keine Schleichwerbung machen. Aber... Burgenland! Bären-Auslese. Selection Goldstein. Sehr, sehr. Gut. Und damit... Bis zum nächsten Mal! Ciao!